Guten Morgen, liebe Tränen. Liebe Kolleginnen und Kollegen und herzlich willkommen zu unserem heutigen Morning Call. Wir haben Montag, den 2. Dezember 2024 und zu eurer Referenzzeit 4 Uhr 36. Ja, es hat eine neue Woche begonnen und nicht nur eine neue Woche, auch ein neuer Monat. Es ist der letzte Monat in diesem Jahr. Die Aktivitäten werden ein bisschen runtergefahren, die Weihnachtszeit steht bevor und wie man so schön sagt, die Investmentfonds schließen jetzt schon langsam ihre Bücher, weil wenn man in 11 Monaten nicht das Geld verdient hat, warum soll man im 12. Monat anfangen? Das ist so ein alter Börsenspruch, der sicherlich auch viel Wahrheit in sich trägt. Der wahre Grund ist eigentlich, dass die meisten Händler auf Tantieme bezahlt sind und die wollen sie im letzten Monat nicht verzocken, auf gut Deutsch, weil sie haben das Geld schon einkalkuliert. Gut, ja, im Fokus steht natürlich, das Wochenende war relativ bewegt. Erstens gab es diese Aussage von Donald Trump, dass gegen die BRIC-Staaten unter Umständen Zölle in Höhe von 100% erhoben werden. Die BRIC-Staaten, das ist Brasilien, jetzt muss ich nachrechnen, Russland, Indien, China und Südafrika, also South Africa. Ja, das sind die BRIC-Staaten, aber an den BRIC-Staaten hängen auch viele andere Staaten oder so Emerging-Staaten hängen da auch noch mit dran. Also letzten Endes ist es mehr oder weniger das Gegengewicht zur USA, auf gut Deutsch. Und letzten Endes gibt es schon eine sehr starke Bewegung seit Jahren, dass die BRIC-Staaten eine eigene Währung, die auf Gold basiert ist, weil deswegen steigt auch das Gold schon seit Jahren stetig an, weil diese Länder auch immer mehr Gold kaufen, vor allem China und Russland, waren die Hauptkäufer in den letzten Jahren, Südafrika braucht das nicht, das hat das eigene. Aber auf jeden Fall wollen sie ein Pendant zum US-Dollar schaffen und der US-Dollar ist natürlich Weltwährung und der würde dann unter Umständen sehr stark an Gewichtung und an Macht verlieren, um das so auszudrücken. Und das ist natürlich Donald Trump gar nicht recht und er möchte eine schriftliche Erklärung haben von diesen BRIC-Staaten, dass sie sich weiter an den US-Dollar halten. Ich weiß nicht, auf welchem Planeten er lebt, aber ich glaube, da kann er lange drauf warten. Gut, aber kommen wir dazu, was ist jetzt die Kausalkette davon? Die Kausalkette ist, dass der US-Dollar sprunghaft angestiegen ist. Ich muss nur die Plattform wechseln und ich zeige das mal am Dollar-Index, da ist es am deutlichsten zu sehen und hier könnt ihr den Anstieg sehen, da er dadurch verursacht worden ist, durch diese Aussage von Donald Schwambon. Deswegen ist der Dollar wieder ein bisschen zur alten Stärke zurückgekehrt, was dann auch natürlich wieder eine Kausalkette nach sich führt und zu der komme ich jetzt dann gleich. Gut, was ist in Asien passiert heute Nacht? Es sind gute Industriezahlen in China rausgekommen, deswegen sind die Festlandbörsen, sind eigentlich freundlich gestimmt, die sind alle im Prozentbereich im Plus. Ja, es ist eigentlich eine freundliche Stimmung. Letzten Endes war am Anfang mit Börsenstart war natürlich dieser Schock ein bisschen da mit diesen 100% Zöllen. 10% kommen ja sowieso schon drauf, also ich weiß nicht, wie viele Zölle China noch zahlen soll. Also demnächst wird es dann noch zum Luxusartikelland, wenn man das also quasi aus amerikanischer Sicht betrachten möchte. Und das Einzige, was man sagen kann, die Festlandbörsen sind zwar auf der freundlicheren Seite, aber Hongkong ist mehr oder weniger, oder der Hang Seng ist unverändert, also da hat sich wenig gerührt. Da möchte ich auch keine Aussage machen. Was aber erfreulich ist, und das sollte eigentlich sich dann auch im Hang Seng ein bisschen ausdrücken, ist, dass die Immobilienpreise von den Neubauten in China, dass die gestiegen sind. Und jetzt schon den fünften Monat in Folge, aber nur für die Neubauten. Und das ist natürlich schon mal so ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein, aber wenigstens ein Tropfen, was so eine Besserung im Immobilienmarkt abzeichnet. Und Hongkong ist ja auch nicht nur technologielastig, sondern auch immobilienlastig, zumindest der Hang Seng. Gehen wir nach Japan, der Nicker ist heute Morgen auch auf der freundlichen Seite, 123 Punkte, 0,33 Prozent, im Moment eben Plus. Es sind auch steigende Inflationszahlen wieder rausgekommen. Das bekräftigt, dass also quasi am 18. und 19. ist ja die letzte Notenbank-Sitzung von der Bank of Japan, dass da die Zinsen jetzt endgültig doch erhöht werden. Also von dem her sind es einerseits gute Nachrichten, andererseits belastet es normalerweise die Börsen. Aber es ist natürlich gut fürs Land und längerfristig gesehen und dann ist es wieder besser für den Nicker. Um zwei Blöcke rumdenken, dann kommt man zum Ziel. Gehen wir nach Deutschland. Was hat der DAX gemacht? Der ist ja am Freitag, förmlich noch am Freitagabend explodiert und der ging ja bis 19.700 Punkte oder darüber hinaus noch nachwärtslich. Und das war natürlich wirklich unerwartet, weil letzten Endes war ja der Handel verkürzt und so weiter. Aber es ist nun mal so, wenn die Amerikaner mehr oder weniger Zug haben, dann ist zu einem sehr, sehr hohen Prozentsatz. Über 80% ist also die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass der DAX steigt, aber dass er fest wird, daran hat am Freitagabend eigentlich keiner so dran gedacht. Jetzt heute, wir werden wahrscheinlich mit ein bisschen, ja, knapperen Kursen in den Markt hineingehen. Wir sind aktuell, da schalte ich auch wieder zur Kasse um, mache ich ja immer gewöhnlich. Wir sind, falscher Kurs, Entschuldigung, wir sind aktuell bei 19.607. Das sind also quasi ungefähr 20 Punkte niedriger, wie also zum offiziellen Börsenschluss am Freitag. Das macht nichts aus, aber wenn ich das Ganze so von der technischen Seite betrachte, ich gehe davon aus, dass wir vielleicht noch behauptete Kurse haben, dass wir eine behauptete Öffnung haben und dass wir aber doch heute ein bisschen leichter gehen werden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt nach diesem Anstieg nochmal durch die Decke gehen. Ich glaube, dass da ein paar Gewinnmitnahmen da sein werden. Das ist aber, was man beachten sollte, es gibt immer, ja, die Diskussion, gibt es eine Jahresschlussrallye, gibt es keine Jahresschlussrallye. Bis dato hat es immer eine kleine Jahresschlussrallye gegeben. Jetzt ist nur die Frage, wann fängt sie an? Wann hört sie auf? Oder haben wir sie schon gesehen? Ich bin jetzt nicht seit gestern im Börsengeschehen, aber diese ganze Diskussion ist ermüdend für mich mittlerweile, weil jedes Jahr das gleiche ist. Und von dem her, ja, es gibt nicht zu viel drauf. Es gibt eine Jahresschlussrallye, aber ob die jetzt schon im Vorfeld so stark ausfällt, weiß ich nicht. Ich meine, dass wir heute ein bisschen abbröchelnde Kurse sehen werden, aber tendenziell gehen wir noch besser oder es könnte sogar sein, dass wir einen neuen Rekord schaffen bis zum Jahresende. Das ist meine Meinung dazu. Gut, gehen wir zum Bitcoin. Bitcoin, da hat jeder erwartet, wenn also am Ende des Monatschlusses ist, dass dann also quasi der Bitcoin die 100.000 erreicht hat. Ist nicht der Fall. Also der dumpelt vor sich hin und ist also aktuell bei, ja, 96.000, 97.000 kann man sagen. Und auch hier erwarte ich heute leicht fallende Kurse. Aber man pickt jetzt mittlerweile die ganzen, oder die zweite Reihe nimmt man auf, ja. Und ich habe ja schon immer über den Ripple berichtet und jetzt schaut euch mal diesen Chart an. Das ist jetzt schon der längerfristige Chart. Und der Ripple ist jetzt heute Nacht, nur heute Nacht ist er also um 11% gestiegen oder um 12%, ich weiß es nicht. Ist müßlich nachzurechnen, weil es zu schnelllebig ist. Aber auf jeden Fall, am Freitag habe ich noch Kurse von 1,60 Euro gesehen und heute sind wir bei 2,40 Euro. Jetzt kann man Taschenrechner in die Hand nehmen und das Wochenende war gewinnbringend auf jeden Fall. Also diese ganze zweite Reihe wird jetzt aufgenommen, aber auch besonders der Ripple, weil der ist der einzige Coin, der wirklich einen Sinn hat auf diesem Gotteserdboden. Alle anderen Coins haben keinen Sinn, sondern sie sind einfach nur vorhanden. Das muss man also wirklich in dieser Deutlichkeit, muss man das auch sagen. Kommen wir zum Ölpreis. Ölpreis ist ein bisschen gestiegen über Nacht, 68,36 sind wir jetzt. Wir sind unter die 68er Marke gefallen am Freitag. Man hat einfach neue Schätzungen rausgebracht, dass wir einen Überhang an Öl haben im Moment und dass also quasi auch weniger verbraucht wird im kommenden Jahr. In 2025 gab es jetzt schon verschiedene Schätzungen von der OPEC. Jetzt kam noch unabhängig auch noch eine Schätzung dazu von der OECD. Dann ist es natürlich so ein bisschen besiegelt und deswegen ist der Ölpreis am Freitag in die Knie gegangen. Aber jetzt durch die guten Industriezahlen, Industrieproduktion plus in China ist wieder neue Hoffnung entstanden, dass also quasi der Ölverbrauch wieder steigen könnte. Daraufhin auch dieser Anstieg. Noch dazu wäre am Sonntag in Wien die Notenbank-Sitzung, äh die Notenbank, die OPEC-Sitzung plus gewesen, um also weitere Förderkürzungen zu beratschlagen und so weiter. Diese Sitzung ist jetzt auf Donnerstag verschoben worden und man geht jetzt wirklich davon aus, dass also die Fördermenge drastisch reduziert wird, weil für die OPEC-Länder ist der Ölpreis im Moment zu niedrig. Die brauchen auch viel Geld, wollen ja auch Fußballstadien bauen etc. und so weiter. Auf jeden Fall sehe ich hier ein bisschen höhere Kurse heute. Es könnte gut sein, dass wir wieder in den 69 Dollar Bereich also hineinrutschen. Aber ansonsten, ähm, ja, ist jetzt von der geopolitischen Lage, ist, hat sich nichts verändert und von dem her könnte immer wieder, wenn schlechte Nachrichten kommen, also ein schneller Ausbruch auf der Oberseite erfolgen. Gehen wir zum Gold. Starker Dollar, schwaches Gold. Und das Gold hat es heute Nacht richtig erwischt. Schade eigentlich, weil ich habe das eigentlich jetzt schon, ähm, sehr schnell bei 2700 Dollar gesehen. Da sind wir jetzt in weite Ferne gerutscht. Wir sind bei 2628 im Moment und das ist ein ganz schöner Abschlag, der über das Wochenende jetzt hier vollzogen worden ist oder respektive auch hier im asiatischen Handel. Es ist einfach, weil der Dollar stark geworden ist. Ja, das ist eben, ist halt dann der Nachteil, wenn, äh, wenn ein Edelmetall halt so in nur einer Währung mehr oder weniger gehandelt wird. Ja, Euro-Dollar stark, äh, nein, schwach in dem Fall. Ich bin letzte Woche sehr massiv und auch öffentlich auf die Long-Seite gegangen und, äh, dummerweise hat es mich hier in der Fall, äh, in dem Fall auch erwischt. Und der Kurs hat hier schon mit einem Gap aufgemacht, gestern, äh, gestern Abend am Sonntag und, äh, ist halt jetzt rückläufig. Aber ich glaube, das, was alles von sich, äh, was von, äh, was Trump von sich gibt, äh, das ist nicht wahre Münze. Also, äh, Hunde, die bellen, die beißen nicht und im Moment bellt er nur noch. Und, äh, langsam kommt es ins Disneyland hinein oder ins Mickey-Maus-Land, weil diese ganzen Dinge, die er von sich gibt, die sind gar nicht durchsetzbar. Also, das ist, äh, entspricht, entbehrt jeglicher Realität, um das so zu sagen. Also, von dem her, äh, muss man nicht alles für bare Münze nehmen, äh, was da gesagt wird. Aber es schockt natürlich im ersten Moment, weil, ähm, so ein bisschen zu allem bereit ist er ja schon, das muss man sagen. Aber bis dahin, wir haben erst vor 20. Januar hat er noch gar nichts zu sagen. Also, von dem her ist da noch ein bisschen Zeit. Gut, kommen wir last not least zu unserem Sorgenkind, US-Dollar-Yen. Wie gesagt, starker Dollar und, äh, auch hier ist der Rückgang natürlich, ist die Korrektur auf der Oberseite zu sehen. Allerdings ist der Kurs auf bestem Weg, äh, dass er also quasi wieder, äh, konstant unter der Marke von 150 ist. Im Moment ist er auf 150, 57. Aber ich sehe auch hier, dass wir wieder nachgebende Kurse haben. Und, äh, das ist jetzt nur von kurzer Dauer. Also, von dem her, äh, das war jetzt so ein Intermezzo. Das ist halt einfach solche Aussagen, wenn am Wochenende getroffen werden und die Märkte sind mehr oder weniger geschlossen, dann gibt es halt immer eine Reaktion. Und es ist halt ein bisschen mühsam, dass man dann, also, sich einen Reim draus machen muss, ähm, oder drauf machen muss. Und, äh, dass man dann sagt, okay, äh, ich ordne das jetzt über, also mit übergeordnetem Sinn ein. Gut, ähm, ich wollte euch noch anbieten, falls ihr mal Fragen habt oder wie auch immer, ihr wollt auf mich zukommen, hier meine direkte Anschrift, äh, info at forex-sun.com und da könnt ihr mich immer erreichen. Und, äh, ich komme, natürlich antworte ich so schnell ich kann. Bin ja auch ein beschäftigter Mann und, äh, von dem her, ähm, kann es schon mal vielleicht ein paar Stunden dauern. So, gut, in dem Sinne, ähm, wünsche ich euch einen erfolgreichen Tag und kommt gut in die Woche hinein. Und, äh, dann, wenn ihr wollt, liked mich, wenn ihr wollt, dann schaltet ihr morgen wieder ein. Euer Daniel Fähring.